Hallo, mein Name ist Manuel Andrak. Ich war Redaktionsleiter der Harald-Schmidt-Show. Ich bin ein bisschen erschöpft. Ich sitze hier bei Turbine. Wir basteln eine neue, die ultimative Harald-Schmidt-Show-DVD. Und seit heute Morgen um sechs sitze ich hier. 18.21 haben wir jetzt vier Pizzen, habe ich geschafft bisher. Die Kekse sind leer gegessen und die Drogen sind jetzt mittlerweile weg. Und es ist wirklich unglaublich, was man so vergisst, was in den besten Jahren, muss man sagen, der Harald-Schmidt-Show, 1995 bis 2003, so alles gelaufen ist, in diesen 1300 Blumenkult-Shows. Ich habe mich an vieles nicht erinnern können und muss sagen, boah, waren wir damals geil. Es war richtig lustig. Und ja, jetzt haben wir einiges zusammen. Ich glaube, es werden mindestens fünf DVDs, weil das Material ist wirklich unglaublich. Man muss sich echt entscheiden, wo man anfängt, wo man aufhört. Und ja, wie der Kölner sagt, ich freue mich auf die DVD. Amen. Amen.